einen wunderschönen guten tag schaut mal was ich hier heute dabei habe denn wir packen heute ein paket aus was ich von nintendo bestellt habe und die allermeisten von euch wissen wahrscheinlich schon was das gute stück hier ist denn heute ist ein sehr besonderer tag für nintendo fans vor allem für zelda fans denn das ist natürlich das neue zelda spiel echoes of system und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich warum ist das hier so eine fette box weil ich die collectors version bestellt habe bzw es ist keine richtige collectors version sondern einfach eine mit ein paar zusätzlichen sachen mit bisschen merch und so und dann halt direkt bei nintendo wir machen das ganze ding hier auf ich kann das hier einfach so aufziehen und schon ist die verpackung offen es kommt natürlich direkt der my nintendo karton ich würde sagen ich befreie das ganze mal von dieser pappe die hier drin ist das ist so cool wenn man spiel das erste mal in echt sieht und sich so lange darauf gefreut hat das hier ist die die besondere box wir haben das spiel und noch zwei zusätzliche extras fangen wir erstmal mit der ersten kleinen sache an und zwar ist das ein schlüsselanhänger das gab es einfach kostenlos dabei das ist jetzt nichts besonderes ich pack das wahrscheinlich sogar gar nicht mehr aus sondern packt das einfach in die spielverpackung von echoes of wisdom so als kleines cooles zusätzliches item was da einfach drin ist aber jetzt kommen wir mal zum wirklich coolen zugehör bevor wir gleich zum spiel kommen zum spiel kommen wir dann auch noch aber das ist das stück hier und einige fragen sich jetzt bestimmt was ist das ganze ich weiß ja auch noch nicht wie es in echt aussieht aber ich öffne das ganze mal das ist in so einer stofftasche was wie krass ist das bitte eingepackt okay das sieht unfassbar cool aus hier steht auch noch mal der name zelda echoes of wisdom oh mein gott das ist ja wie cool ist das denn ernsthaft jetzt ich habe nicht gedacht dass das so krass aussieht aber das fühlt sich auch so krass an wie cool das muss ich mir auf jeden fall irgendwo gut hinhängen okay das ist ein absolutes highlight das ist wirklich ein absolutes highlight und hier ist das spiel ich löse das schon gleich mal von dieser folie weil sonst spiegelt das in der cam so einfach rein pieksen oh ich bin unscharf autofokus so das ist das gute stück ich mag das cover schon hinten sieht auch ganz okay aus und hier haben wir links awakening dann auch noch match schon gut zusammen oder muss man schon sagen okay innen drin ist ja meistens auch immer irgendein design bei links awakening hier haben wir zum beispiel dieses hier was wird wohl hier drin sein drei zwei eins habt ihr eigentlich schon den kanal abonniert und dem video in daumen nach oben gegeben es wäre sehr sehr cool und jetzt gucken wir hier rein zack hier ist die map das hier mit den felsen und so das ist ja wirklich die welt von zelda link to the past und ich freue mich so sehr dieses spiel heute zu spielen und eventuell schon den ein oder anderen ort so ein kleines bisschen wieder zu erkennen es sind ja so ein paar elemente aus der link to the past hier drin aber die welt ist ja eigentlich komplett anders aber so die die ein zwei nostalgie funken zu sehen dass das wird cool und ich freue mich sehr auf das spiel den schlüsselanhänger einfach so hier drin passt gut und dann haben wir da hinten noch dieses richtig coole rollbild ganz kurz noch einmal wenn wir schon dabei sind was für content wird es überhaupt von echoes of wisdom geben hier auf dem kanal also eventuell so ein ersteindruck oder dann irgendwann mal ein finales review wenn es sich anbietet machen wir auch noch so tipps und tricks oder glitches oder so aber ich glaube um ehrlich zu sein jetzt nicht dass echoes of wisdom so viel content bieten wird worüber man videos machen kann ich glaube einfach das wird so ein spiel das spielen wir alle ganz entspannt durch und dann reden wir im nachhinein darüber ne also es wird jetzt keine content bombe sondern einfach ein game was wir alle spielen und was hoffentlich richtig cool wird eventuell ja das spiel des jahres zumindest für mich werden mal sehen und ja euch allen dann ganz ganz viel spaß mit echoes of wisdom